Guten Abend allerseits. Ich freue mich sehr, mein Kollege Haysam Mansour hier zu sein heute für so einen Tag, diese Preisgebung an einer aus dem Sudan, der Herr Rifat Mokkawi. Wir sind eigentlich, ich will nicht viel sagen, ich will einfach was anderes machen, ein bisschen so schöner Zeiten. Also wir haben genug gehört heute, das heißt uns alles, was hier gesagt ist, eigentlich Fakten, dass man heute liebt und lebt. Also wir machen das weiter und ich versuche es erstmal aus dem Sudan vom Seyed Khalifa über ein nationales Lied zu singen. Ich hoffe, dass das euch gefällt. Ähla und mit mir willkommen und willkommen. Ich hoffe, dass alles mit ihr in die Zukunft vollkommen können. Ich hoffe, dass wir alle Menschen stärken von den Jesus vorgesehen haben, wie ihr in der Fall bedeutet. Und wir werden hier mit Ihnen leben können, das ist etwas schwer zu sein, aber es gibt eine längere Zeit. Ich hoffe, dass wir mit uns im Zusammenhang mit uns hier in der Zeit gefangen haben. Ich hoffe, dass alle Fragen und meine Beweise von Ihnen alle die Themen zu weitermachen. Ich habe mich sehr gut. Musik 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 Ya الخرطوم Ya العندي جمالك Ya الخرطوم Ya العندي جمالك جنة رضوان طل عمري ما شفت مثالك طل عمري ما شفت مثالك في أي مكان أنا هنا شبيت يا وطني غيرك ملغيت يا وطني أنا هنا شبيت يا وطني غيرك ملغيت يا وطني أنا هنا شبيت يا في وجود يا أريدك وغيابي في وجود يا أحبك وغيابي يا وطني يا بلد أحبابي يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك يا بي يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك يا بي يا وطني بذكر في قعدي صبايا بذكر في قعدي صبايا على شاطين يعطيني وحبيبي تاهي معايا حبيبي سير معايا أزمر وجميل كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني Musik Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.